Also worum habe ich mich als Aufgaben operieren lassen, es hat für mich persönlich einen guten Grund gehabt. Ich mache Entwicklungshilfe, bin viel im Ausland, bin viel in dreckigen Gegenden der Welt. Ich habe ab 50 mit der Brille nichts mehr sehen können und ohne Brille nicht mehr. Und das war schrecklich. Das ist jetzt vier Jahre her meine Operation, ich bin super zufrieden. Ich dränge auch keinem Patienten diese Operation auf. Es ist immer der gleiche Satz bei mir, Brille ein Muss, Kontaktlinsen-Alternative, Operieren-Alternative. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das ist halt die Premium-Variante. Ich bin maximal zufrieden, kann mir den Alltag jetzt auch nicht mehr ohne Brille vorstellen und tue mich halt, was meine Motivation war, bei meinen Einsätzen super leicht, weil er einfach keine Brille mehr braucht.